Das da ist das Pokémon-Journal. Ob ich mir die neueste Ausgabe kaufen sollte? Was steht denn da drin? Oh, ich kann es nicht ansprechen. Weil es wäre der Text-Einput. Wie ich höre, hast du die Arena-Missionen des Engine-Stadions bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Das wahre Sortiment hat sich erweitert. Hoffentlich ist was für dich dabei. Kann ich schaden, mal 10 Tränke zu holen? Hier darf man wirklich keinen Moment lang unachtsam sein. Sonst tritt man in die Hinterlassenschaften eines Dusselgur. Habt ihr keine Hausmeister oder irgendwer anders, der das hier aufräumt? Könnt ihr doch einfach das Dusselgur töten. Soll ich das übernehmen? Sorry, ich mach das bestimmt gar nicht. Ich meine, klar, uhu, Vogelpokémon. Die arme Pflanze, aber ich bin mir sicher, es wird dieses Dusselgur vernichten. Was starrst du mich so an? Verpisst dich aus diesem Bahnhof? Bist du dich erwünscht? Hoffentlich kommt meine Freundin bald mal dieses Dusselgurst hat mein Essen schon gierig an. Du bist das Problem. Hör auf mich zuzustimmen, ich mag dich nicht. Du bist ein dummer Vogel. Und ich mag Vögel, von daher. Dich nicht. Du bist eine blöde Taube. Verpiss dich. Aber Taube. Klar soweit, ja. Am Bahnhof ist immer was los. Hier kommen so viele Leute durch. Da ist kein Tag wie der andere. Ja. Mach mal eine Bombenwarnung. Das ist bestimmt lustig. Oh Gott, ey. Pokémon-Welt- und Bombenwarnung. Stell dir mal vor, du hast irgendwie einfach mal so einen Typen. Der kommt mit seinem Smogmog da an. Einfach nur einen Typen mit dem Smogmog. Da ist doch gleich Bombenwarnung in dem Bahnhof. Das ist mit Smogmog-Reisen verboten. Wie ist denn das bei Flugzeugen in der Pokémon-Welt? Lass du denn nur bestimmte Pokémon im Handgepäck mit dir führen? Alter, ey. Das sind alles so Sachen, die könnte man mal exploren. Aber nein, hier hast du einen Bahnhof. Hier hast du einen, der sagt, oh, das Pokémon-Journal ist voll toll. Scheiß drauf. Worldbuilding braucht keiner. Heute schmeckt unser Essen noch viel besser als gestern. Versprochen. Warum wer hat heute reingepinkelt? Ich. Ich lebe, um zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis alle Restaurants in sämtlichen Bahnhöfen Galas ausprobiert habe. Ja, so sieht es doch aus. Sind Leute, die einen Wunschstern finden, etwas Besonderes? Nein. Denn ich weiß, Hopp hat einen gefunden. Wenn ich jetzt Champ geworden bin, hole ich mir alle Wunschsterne der Welt. Und schenke sie dir. Oh, ich bin gerade richtig gut drauf. Ich hätte, ich habe gerade voll Bock, den einfach zu verprügeln, den Typen da mit seiner Scheiß Tröte und seinen verfickten kleinen Stinktier. Als es ein Dachs ist, ein Stinktier. Als es... Nein, die Fresse. Ist dein Kanal ausschließlich für Kinder geeignet? Offenkundig nicht. Ah, du Witz. Skor City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst. Die Stadt ist wirklich großartig. Hahaha, weil groß ist sie nicht. Hahaha. Das kann nicht sein, dass die erste Stadt in Dragon Quest größer ist, als diese Scheiß-Karff hier. Du siehst das damals so auf den Promotion-Bänden und denkst dir, das ist ja eine geile Stadt, ey. Das will ich sehen. Galah wird so geil. Dann kommst du hier an eine Straße. Überall nur diese Kackkulissen. Und ey, es ist die größte Enttäuschung, seit es Kinderschokolade gibt. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja so gut, dass Roy der Wächter in der Schatzkammer ist. Wow. Ich würde dir unterstellen, dass du Dead-Jokes machst, aber du bist eine Mom, wenn überhaupt. Du bist wahnsinnig gut. Ich weiß. Zuckererdpegel. Oh, 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 oh. Lass mal ein Cream-Pie umbauen. Nein, die heißen ja anders, habe ich festgestellt. Ich habe mir nur ein YouTube-Video angesehen, wo jemand all seine All-Creamies-Cream-Pie genannt hat und dachte deswegen, dass das Pokémon in der englischen Sprache so heißt. Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Natur zu einer anderen Zeug in ihren Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die TP sammeln. Abkürzungen sind so fesch. Weißt du was? In Gelas sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Ja, weil sie im Krieg nicht zerbombt wurden. Dies ist eine Pokéball-Statue. Nein, Captain Obvious, wirklich. Gerüchten zufolge kann man Pokémon leichter fangen, wenn man sie berührt. Wo ist die Option zum Berühren? Weißt du, in alten Spielen wäre das denn wirklich ein Monument gewesen, wo du anfassen kannst und dann... Du spürst eine selten-same Aura und dann hast du auf einmal doppelte Fangchancen für 24 Stunden oder so einen Scheiß. Was? Ist das so schwer, sowas in so ein Spiel einzubauen? Eine kleine Retour-Stelle mit irgendwas? 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 Lass mich doch zumindest hier reingehen. Sieht interessant aus. Nein, die Tür hat keinen Knopf. Da komme ich nicht rein. Lass mich hier über die Mauer springen. Geht auch nicht. Weil darum... Guck mal, hier ist abgesperrt. Komme ich da später ran? Spoiler, nein, komme ich nicht. Weil warum sollte ich durch diese Scheiß-Stadt laufen wollen? Es ist hier nur ein großes Schloss. Warum sollte ich hier langlaufen wollen? Guck mal hier, ein Ball. Wow, meine Exploration wurde... Oh, eine Schlaubbrille. Ja, ich weiß. Passt jetzt gerade super bei Schlaubbrille. Oh, noch ein Haus, dass ich rein will. Ich komme nicht in das Haus. Guck mal, hier noch ein Haus, dass ich rein will. Ich komme nicht in das... Hm. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Wirdest du ihn für mich überbringen? Aber sicher doch. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Vertraue ich dir mal meinen Brief an. Ja? Du erhältst einen vergebten Brief. Du verstaust das Item in der Preiseseitemtasche. Vergebter Brief. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um ihn einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergebter aus. Bitte bring ihn zu Frank. In Fairbally. Aber sicher, kriegen wir hin. Ich verlasse mich auf dich. Bitte bring meinen Brief zu Frank. In Fairbally. Der heißt Frank. Na, na. Hast du ruhig? Er ist Frank. Das sind englische Dings hier. Deswegen heißt er jetzt Frank. Oh, du hast Martin auch Martin und dich Martin genannt. Ah ja, richtig. Die Häuser hier. Ich halte, dass es hier so viele Kulissen vergessen. Ich vergesse fast, dass es hier auch Häuser gibt, in die man reingehen kann. Umweltschutzfördernd. Warum sitzt du denn so deprimiert hier? Ich muss schon sagen, dieser Mann am Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er hat an Pokémon nicht nur Attacken vergessen lassen, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacken wieder erinnern. Wow. Und den gibt es in jeder Stadt. Sie haben ihn geklont. Ja, Mew war nur der Anfang. Als nächstes waren Officer Rockies und Dings-Schwester Joyce dran. Und jetzt auch der Namensbewerter. Der ist eine Kreuzung aus Namensbewerter, Attacken, Erlernter, Vergesser und so weiter. Und der ein Klon ist, will er kein Geld haben. Sei gegrüßt, junge Dame. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Nein. Oh, nun, äh, gut. Kann ich die Kamine anmachen? Ne, warum? Ist ja auch so ganz praktisch noch was vorgestellt, aber ich komme trotzdem hin und nein. Sei gegrüßt, junge Dame. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Das nehme ich mal als Ja. Wundervoll. Dann fange ich so gleich an. Wenn es während eines Kampfes das Sonnenlicht stark ist, dann werden Attacken vom Typ Feuer stärker. Wasserattacken dagegen schwächer. Ach, wirklich? Die werden auch schwächer? Gut zu wissen. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wie Solarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, können aber in einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Und die Genauigkeit von Attacken wie Donner und Orkarm sinkt. Bitte nimm dies als Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Du willst einen Heißbrocken. Okay, was kriege ich als Dank dafür, dass ich das so geduldig vorgelesen habe? Nichts. Verlängert die Dauer von Sonnentag. Kann ich darauf verzichten? Ich habe ein Babylon. Oh mein Gott, sie ist Maikro-verrückt. Na du? Naja, ich habe es gecheckt. Mai, 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 Maikro! Ich lebe Maikro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit den Flugtaxis am Hut. Mai, Mai. Ja, die sind doch böse Sklaventreiber, die Flugtaxis. Wir nutzen sie regelmäßig, egal. Alt, was ist dies? Hier hat sie einen Angriffs-Plus verloren, egal. Hey, guck mal, hier ist das kleine dumme Mädchen von oben schon wieder. Ich bin so klein, um allein durch den Naturzahlen laufen zu dürfen. Deshalb fahre ich mit einem Zug. Ob ich schon alleine Zug fahren darf? Na klaro, ich bin doch schon groß. Ja, du bist so groß, dass du vergebte Briefe abgibst. Egal. Dass die alle gleich aussehen. Wenn ich mal den Mädchen da oben aus dem Quest hat, konnten die ein anderes Aussehen geben. Was ist das denn? Hm. Es wäre voll toll, wenn es Launchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Nein, 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 nein. Fallout 64, äh, 76, so rum. Wisst du noch? Fallout hat Launchboxen eingeführt und all so rum. Oh mein Gott, pay to win. Fuck, Launchboxen. Haps, 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 haps. Kann ich da drauf treten oder brauchst du das noch? Das ist Kunst, das kann nicht weg. Du und deine Pokémon, also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gib einem Pokémon dieses Item mit seinem wundervollen Klang zum Tragen. Und es wird vielleicht noch zutraulicher. Wie eine Sanftlocke. Ich kann aber auf meine Pokémon aufpassen, ich brauche so ein Blödsinn nicht. Na? Willst du wissen, ob deine Pokémon noch wirklich alles geben? Oh ja, mach mal. Ähm. Wen haben wir schon länger dabei? Chili, ne? Uh, fuck, da fällt mir was ein. Wups. Wups. Die Hälfte unserer Pokémon ist gar nicht da. Dieses Pokémon. Das könntest du da klitzendlich nicht mehr einstrengen. Da hat er nicht. Halt, da war noch jemand. Ohne Fahrschein. Hey, was macht der einfach so im Fernsehen wieder aus? Soll ich dir verraten, wie zutraulicher deine Pokémon sind? Ja. Dann zeig doch mal. Hier, komm. Mein Vorzeigepokémon. Wie toll ist es? Sarah? Wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch schon ziemlich gut. Aber es läuft nach oben. Willst du mir sagen, ich passe nicht auf meinen Fuchs auf, hä? 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 War natürlich nur ein Witz. Ich dir auch raten, du kleiner Pisser, du. Wenn ich das nächste Mal wiederkomme, will ich Top-Werte haben. Das ist das Haus, halt eine rote Tür. Das ist anders als die anderen Häuser. Sie füllen eben trotzdem genauso aus. Die Tänzer in diesem Spiel sind eigenartig. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber ich weiß er noch nie besser aus als in dem Moment, in dem er gegen Deleon verloren hat. Diese Frustration, halt diese Energie in seinem Gesicht. Aha. Um es mit den Worten eines Mannes zu sagen, du bist voll süß, wenn du wütend bist. Ich liebe die Zahl 241. Warum? Weil das nur als Trikotnummer ist. Bei Schließfächern und so versuche ich auch immer, die Nummer 241 zu ergattern. Ja, pass auf, dass es nicht zufällig irgendwie im Geheimen noch irgendeine Kiffernummer ist. Passiert öfter, als man denkt. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena Challenge von der Stärke der Arena-Leute abhängt? Nein, aber ich wusste auch nicht, dass du... Wieso hast du blaue Augen? Weil darum... Willkommen im GP-Laden. Wie kann ich dir helfen? Nicht so sehr. Ich bin wach, ich bin wach. Ich schlafe nicht, ich schlafe nicht, ich schlafe nicht, ich schlafe nicht. Uhuhu, bist du auch mal wieder da, ja? Moment, wir machen mal kurz Erziehung. Möchtest du dein Glück versuchen? Ja, komm, jetzt mach. Shit. Alles klar. Lass du mal so, mal gucken, ob wir was übereinstimmen. Nein, leider keine Übereinstimmung. Was mach ich das überhaupt? Egal. Äh, Pokéjobs. Weil wir müssen die Video mal langsam wieder abholen. Glückwunsch, da noch einen neuen Ort hast. Gibt es jetzt neue Aufträge für dich? Sieh dir die mal an. Ich will gar keine neuen Aufträge. Ich will nur meine Pokémon zurückhaben. Na, habt ihr euch alle benommen? Wuhuuu. Exzellente Arbeit. Eine Pokémon sind vom Auftraggeber zurückgekehrt. Diese Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Alle haben ihren Job toll gemacht und jede Menge Erfahrungspunkte erhalten. Ich mach das mal eben schnell durchgegangen, weil... Boah. Und... Ich hab aufgehört, in meinem Hauptaccount Pokéjobs zu machen, weil... Ich da gerne meinen Pokédex sortiere. Nach... Zahlen. Und ich dann so ein Living-Dex in jedem Spiel habe. Problem ist nur... Jedes Mal, wenn du die Pokémon losschickst... Nimmst du die aus den Boxen raus. Und wenn sie zurückkommen, werden sie einfach irgendwie wieder reinsortiert. Und nicht dahin, wo sie herkommen. Was das komplette Sortiersystem total durcheinander bringt. Deswegen mach ich keine Pokéjobs mehr, weil... Mehr Fass als alles andere hier. Raffel, wem wir was geben? Ich will aber nichts von Raffel. Die kann sein 300 Geld behalten. So, mal kurz blöde gefragt. Sind die jetzt alle in Box 2 gekommen oder sind die auch wieder in Box 1 gelandet? Sondern immerhin sind sie auch wieder in Box 1 gelandet. Und immerhin... Münziball... Das andere Mautzin. Vor allem die hier in den Raidkämpfen, diese Tänzer. Stehen jetzt mal wieder im Arsch da und wackeln dem einen von der Nase rum, wo du so denkst... What? Why? Das andere Mautzin.